Hallo zusammen, wir beginnen mit dem Warm-up. Wir machen drei Übungen, jeweils 30 Sekunden lang. Beginnen tun wir mit dem Laufen auf der Stelle. Und los geht's! So, als nächstes kommen wir zu den Handlungen und auch die machen wir 30 Sekunden lang. Und los! So, jetzt kommen wir zur letzten Übung, das sind Streckspringen. Auch die machen wir 30 Sekunden. Los geht's! So, jetzt kommen wir aus. So, jetzt kommen wir den Ring dem Ring. So, wenn ihr jetzt noch nicht warm seid, dann dürft ihr das gerne noch einmal machen und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß.